Servus, schön, dass ihr da seid. Heute gibt es ein kleines, leicht gefrorenes. Guckt mal die Himbeeren. Die packe ich zusammen mit Joghurt, dann kommt der Stabmixer und dann würze ich das. Ha, die Würzen. Du machst Süßstoff dran und das ist kein Würzen. Und dann haben wir es fertig, das kleine, leichte, halbgefrorene. Lassen wir sie anfangen. Für unseren einfachen kleinen Nachtisch, ein halbgefrorenes, brauchen wir einmal Früchte, tiefgefroren. Da könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt, ob das Kissen sind, Eppbeeren oder WM-Beeren. Es ist überhaupt keine Frage, es muss nur gefroren sein. Wir brauchen Joghurt, wir brauchen die Löffelbiskuits und wir brauchen natürlich etwas Süßstoff. Lass uns anfangen. Ich packe jetzt die gefrorenen Himbeeren in diesen Händel-Tach rein. Dazu kommt jetzt der Joghurt. So, jetzt wird es ein bisschen laut, jetzt brüriere ich das Ganze durch. Ich hatte ja gesagt, es wird laut. Jetzt mache ich das untere Ding los, mache es ein bisschen sauber. So. Und schmeckt es? Ein bisschen Süßstoff. So. Jetzt mische ich das durch. Und schon ist unser halbgefrorenes fertig. Immer wieder lecker für den Sommer. Und jetzt mache ich zum Verzieren ein bisschen Löffelwisku. drauf. Und schon ist das Sommergericht oder der Nachtisch fertig. Macht es nach. Guckt euch das an. Probiert es. Gebt uns wieder einen Daumen hoch, wenn ihr es für richtig haltet, wenn es geil ist, wenn es lecker ist. Macht es einfach. Nach. Schickt uns Bilder. Informiert uns, wie es gewesen ist. Bis dann. Tschüss. Und ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag. Yeah. Oder wie geht das?